Ich bin gerade schon die ganze Zeit am Handy und plane ein paar Sachen und mache meine To-Do-Liste fertig für die nächste Zeit. Ich habe noch ein paar restliche Geschenke besorgt und gerade Postings fertig gemacht und so für die nächsten Tage. Und eine Frage, die die ganze Zeit immer noch aufkommt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber für alle, die es noch nicht gehört haben, gesehen haben, am 18. kommt wieder ein Lash- und Browbooster-Code. Also für alle, die noch auf den Code warten und bis zum 18. warten können, einmal aufschreiben in den Kalender am 18. Ach, schaut mal, wie süß, was mir Biotherm geschickt hat. Und da waren nur noch Produkte drin. So cute! So, ich musste gerade einen Großeinkauf machen und ich habe endlich einen Meisenknödel geholt, beziehungsweise einfach so Vogel... Pinienzapfen mit Vogelfutter dran. Ich glaube, die sind schon richtig sauer auf mich, weil jedes Jahr hängt da einer und die fliegen schon die ganze Zeit hier vor meiner Terrasse rum und denken so... So, ähm, excuse me, was ist hier los? Also, wird jetzt aufgehangen. So, da hängt er wieder. So, ich habe es mir jetzt schön gemütlich gemacht und einer meiner Lieblingsfilme für Weihnachten auf jeden Fall, der kleine Lord. Schon so alt, der Film, aber ich liebe ihn. Dieser Film ist so schön. Ich bin echt nicht nah am Wasser gebaut, aber das ist irgendwie so süß. By the way, eine der sinnvollsten Erfindungen, nicht nur für Leute, die stillen, sondern auch einfach so zum Chillen. Ich habe meiner Schwester ihr, ähm, mein Stillkissen, was ich vorher hatte, ähm, geschenkt und dann habe ich mir ein neues bestellt. Ich verlinke es euch mal. Es ist so gemütlich. Ich liebe das. Gibt so viele verschiedene Farben. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, ey. Weißt du, was kann ich mich komplett wegschmeißen? Das ist so lustig. Ich bin echt nicht mehr.